Also das ist ein Kasten, wo ein Feuerwehrschlauch ist und ein Wasserschlauch ist da und eine Pumpe. Wenn der Keller im Haus überflutet wird, kann man eine Pumpe dahin stellen und wenn einmal jetzt irgendwie der Keller unter Wasser steht und die Feuerwehr hat ja meistens immer nur eine Pumpe und die ist dann wahrscheinlich schon irgendwo drei Häuser weiter am Werkeln, dann ist es gut, wenn man eine eigene Pumpe hat. Wie heißt eine Box, die man benutzen kann, wenn der Keller vollgelaufen ist? Welchen Begriff suchen wir? Das Lösungswort heißt Flugbox. Begriff. Untertitelung des ZDF, 2020